Also hier steht so aus, drei schwarze Tumpeln auszumachen, das sind drei Wildschweine. Ich hoffe, Sie haben sie schon gesehen. Ich schwimme jetzt auf das Leitwerk zu. Wir haben es schon mal gesehen hier, cool, ja. Also drei Wildschweine im Rhein. Wir werden jetzt sicher gleich an Land gehen. Wir werden hier zum Rheinberg erklimmen und werden gestanden auf der Marjanaue. Hier sind vier Tiere. Ja, ich bin schon ein, zwei, drei Jahre alt. Was gibt es denn? Das ist ein bisschen zu, hier, du. Schnitzel geht ein Wort nehmen. Warte, meine Damen.